Herzlich Willkommen im Holstenstübchen in der Wandsbecker Chaussee 154 in Hamburg. Bereits seit 11 Jahren begrüßen wir Gäste in unserer gemütlichen Kneipe und viele dieser Gäste sind im Laufe der Jahre zu lieben Stammgästen geworden. Hier verweilt man gerne auch ein Bier oder ein Kaffee und bleibt dann meist viel länger als geplant. Bei uns kommen alle auf ihre Kosten und hier darf auch geraucht werden. Für unsere Fußballfans ist bestens gesorgt. Genießen Sie die Fußball-Live-Übertragungen in geselliger Runde und guter Stimmung. Das Holstenstübchen in Hamburg ist eine coole Raucherkneipe, wo sich jung und alt trifft und wo auch immer was los ist. Verpassen Sie keine Bundesliga-EM oder WM-Spiele. Genießen Sie diese bei einem frischgezapften Unterfreunden als Nichtraucher oder Raucher. Wir freuen uns schon auf Sie. Bis bald im Holstenstübchen. Abonnieren 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 Abonnieren